Hallo zusammen, es gibt eine große Vielfalt an Plex-Produkten. Mein Liebling ist VitaPlex von ASP. Du kannst VitaPlex für chemische Behandlung hinzufügen oder als Aufbaubehandlung benutzen. Wie das funktioniert, zeige ich euch heute an meinem Modell Dörte. Ihr Haar ist spröde, wirkt glanzlos, ist trocken und sie neigt zu Haarbruch. VitaPlex minimiert Haarbruch signifikant und die Keratin-Struktur wird wieder aufgebaut. Ihr müsst euch das so vorstellen. VitaPlex ist fähig, das Haar so, wie es die Natur vorgesehen hat, wieder herzustellen bis in die Tiefe. Nach der Behandlung ist das Haar repariert und wieder voller Glanz. Der Effekt hält mehrere Wochen. Deine Kundin kann zu Hause mit der Nummer 3 die Wirkung erhalten, sodass ihr Haar dauerhaft glänzend und gestärkt bleibt.